Ich stecke euch den Rücken. Ich stecke euch den Rücken. Es gibt keine Ordnung mehr. Seid umsichtig. Kommt, wir müssen reden. Die Schalderei leiden. Setzt einfach die Maske auf, dann wird ein magisches Kostüm euren Körper verhüllen. Das sollte ausreichen, um die anderen Gäste zu täuschen. Aber haltet euch von den Wachen fern. Ich werde nach Lilith suchen und ihr haltet euch von Ärger fern. Genießt einfach eine Weile lang die Feier. Ihr wisst schon, mischt euch unter die Leute. Schalderei. 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 Wer ist da? Die Illigari sind unaufhaltbar. Schalderei. 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 Was ist das? 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 Das Kragmal unseres Vaters ist ganz in der Nähe. Dort werdet ihr bestimmt auch Anharis finden. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich werde meinen Vater ehren. Ich werde meinen Vater ehren. Ruhe mit den Schallerei. Was ist das? 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 Wie kann ich helfen? Was ist das? Was ist das? Ich werde mich darum kümmern. Was ist das? 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 Ist das nurłość, meine S welcomedın? Was ist das? Spricht ruhig. Daran werde ich mich nie gewöhnen. Daran werde ich mich nie gewöhnen. Suramar muss frei sein. Ist das euer Ernst? Ihr gebt euch mit dieser Kreatur ab? Wir müssen den Angriff auf Suramar planen. Genau das tue ich gerade. Okay. Das war's für heute. Die Illigaris sind unaufhaltbar! Ich bin auf der Reichweite. Ich bin auf der Reichweite. Das Knochen ist ein ganzes Problem. Ich bin auf der Reichweite. Ich bin auf der Reichweite. Ich bin auf der Reichweite und ich bin auf der Reichweite. Das ist eine sehr interessante Warnung. Das ist eine Warnung. Das war's für heute. 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 Dieser Hunger, diese Furcht... Ich habe es auch gespürt. Jetzt weiter. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.